Unsere Lieblingssendung läuft gerade. Wer ist bereit zu kämpfen? Haha! Wow, seht ihn euch an! Mann, seid ihr öde! Oh, ich kann mich ja klonen! Verteidige dich! Ha, verteidige du dich! Wow, was für ein Kampf! Ich hab irgendwie Hunger! Mh, lecker! Hm, stimmt! Wir brauchen Essen! Oh, Pizza! Danke, Dad! Ne, meine Pizza! Ah, diese Kinder heutzutage! Pizza! Darf ich mir ein Stück nehmen? Hm, hm, nicht in deinen wildesten Träumen! Schio? Komm schon! Komm schon! Komm schon! Hm, ihr habt mir keine Wahl gelassen! Chips! Und Pizza! Hm, ist die gut? Hallo? Hallo? Nein? Nein? Na ja, egal! Danke, June! Ich bin voll! Holly? Das war ich nicht! Ja, klar! Es wird Zeit, endlich den Dachboden zu durchsuchen! Oh, ich vermisse meine jungen Jahre! Mann, war ich stark! Was ist das denn für eine alte Kiste? Oh, ist die schwer! Puh, ja, ich hab's geschafft! Hey, Kinder! Puh, mal sehen, was da drin ist! Was ist das denn? Eine Karte! Ist das eine Schatzkarte? Eine Schatzkarte? Eine Schatzkarte? Hm, das ist alles nur Schrott! Eine Schatzkarte! Sie gehört mir! Gib sie zurück! Oh, eine Schatzkarte! Ich will sie haben! Ich hab nur ein Stück! Ich auch! Yes! Ja, ich werd der Piratenkönig werden! Hast du mein Stück schon gesehen? Naja, schauen wir uns das mal genauer an! Wo ist der Süden? Oh nein, was hat er getan? Die Karte gehört jetzt mir! Hey, du unverschämter Pirat! Wir waren unsere Schwester sofort zurück! Mal sehen, wo meine Schätze sind! Bitte, helft mir! Holt mich hier raus! Wir gehen in diese Richtung! Sofort! Hm? Wo sind denn alle? Du! Das ist nur ein Teil der Karte! Wo ist der Rest? Du! Was? Suchst du das hier? Willst du die ganze Karte? Ja, klar! Da! Stopp! Oh ja! Du kannst was erleben! Hier ist eine Überraschung für dich! Versuch's noch einmal, Stio! Nichts funktioniert! Ich werde die Zeit anhalten! Was? Es funktioniert nicht! Ich bin dran! Oh nein, was ist mit unseren Superkräften? Der einzige mit Kräften auf dieser Welt bin ich! Ihr könnt mir gar nichts anhaben! Faszinierend! Das ist faszinierend, oder? Ich werde die Karte zusammenkleben! Was? Wo sind sie? Oh! Jemand will auf einem Schiff verstecken spielen? Das Spiel beginnt! Los geht's! Ich fange mit der Piratentruhe an! Oh! Wo kommt das denn her? Ah, sie ist leer! Wo habt ihr euch versteckt? So, dann wollen wir mal die Party in Schwung bringen! Oh! Hey! In die andere Richtung! Links! Rechts! Und? Wer von euch ist seekrank? Ich halte das nicht mehr aus! Ha! Schwacher Magen! Der Arme! Warum dauert das so lange? Puh! Schon viel besser! Entschuldigung! Wow! So naiv! Ahoi! Sohst du das? So winzig! Echt? Lass mich raus! Ich hasse Piraten! See you! Bis später! Piratentricks! Was soll ich tun? Drück die Daumen, dass etwas Nützliches in dieser Kiste ist! Oh! Das könnte nützlich sein! Meine alte Gitarre! Wie kann ich die restlichen Kisten knacken? Oh! Die beste Waffe der Piraten ist eine riesige Schleuder! Hier ist die Kanonkugel! Nee, ich brauche eine schwerere! Das ist die Kanonkugel! Schon besser! Oh! Das ist viel zu viel für mich! Das war's! Ich kann loslegen! Zielen! Verschone mich! Bitte, ich flehe dich an! Und... Angriff! Hier ist keiner! Was für eine Verschwendung! Na gut! Ich werde eine andere Waffe bauen! Ein Maschinengewehr! Was soll ich wählen? Stimmt! Piraten lieben rum! Nein! Jun! Jun! Hab dich! Ich will deine Karte! Hey, Jun! Haha, danke! Einer fehlt noch! Mann! Ich sollte mich vorbereiten! Was hab ich sonst noch hier? Quack, quack! Nö! Ein Hund? Du wirst das Haus bewachen! Ein Regenschirm? Der ist super! Und wofür ist das? Wofür ist das Haus bewachen! Wofür ist das Haus bewachen! Oh, verstehe! Hm, was kommt als nächstes? Was soll ich mit dem Schiff machen? Klar! Du verschwindest! Schwimm! Bye-bye! Wir werden dich vermissen! Was? Heiliges Schiff! Es ist auch leer! Ich muss etwas tun! Was kann mir helfen! Oh, eine Teufelsfrucht! Oh, eine Teufelsfrucht! Was für ein Snack! Meine Kraft! Wie gehe ich mit der letzten Kiste um? Hä? Was ist das? Es sticht mir direkt in den Rücken! Flieg weg von mir! Autsch! So wie es aussieht, ist das ein Bumerang! Ich habe eine Idee! Hahaha! 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 Hässlicher Pirat! Das werden wir dir heimzahlen! Haha! Ich habe die Karte trotzdem! Danke! Was? Wo ist mein erstes Stück? Wo ist dieses böse Mädchen? Puh! Das kann ich auch gebrauchen! Cool! Nicht jetzt! Oh, mein Glücksbandana! Ein Wut? Der passt! Ein Katana der Rache! Das behalte ich! Wo bist du, du kleiner Blutsauger? Schleichst du herum und klaust Karten? Suchst du das Tier? Meine Karte! Hol sie dir doch! Heiliger Pirat! Wo ist sie hin? Leute! Nehmt das! Eure Kräfte werden zurückkommen! Hey Mr. Buggy! Ich bin hier drüben! Hä? Wie hast du das geschafft? Ich habe eine Überraschung für dich! Das war's! Los Sio! Zeichne! Moment! Wo ist der Stift? Hast du den hier zufällig verloren? Sio! Lass dir was einfallen! Eine Feder! Sollen wir ihn zu Tode kitzeln oder was? Ein Teddybär? Ein Tennisball? Ein Tennisball? Wirf etwas! Mehr hast du nicht drauf! Wir sind in der Überzahl! Los geht's! Und was jetzt? Du bist dran, Polly! Und noch einmal! Wir haben einen Hornhorn geschlagen! Oh nein! Oh nein! Haben wir nicht! Guter Schlag! Hey Leute! Hey Kumpel! Wir sind so froh dich zu sehen! Wir haben etwas für dich! Also! Seid ihr bereit? Heilige Karte! Das ist eine Schatzkarte! Leute! Ich bin euch was schuldig! Ich werde der König aller Schätze und Meere! Und das ist für dich! Wir müssen los! Bye! Vielleicht kann ich ja alles gebrauchen! Also gut! Ich bin bereit für meine Familie zu kämpfen! Lass uns kämpfen, Pirat! Was macht ihr denn hier? Ich wollte gerade los, um euch zu retten! Was trägst du denn da? Hey! Du siehst toll aus, Dad! Wirklich! See you! Oh, wartet! Ich hab Tickets für den Wasserpark! Wollt ihr mitkommen? Wasserpark! Wartet! Hier ist der Eingang! Hier sind unsere Tickets! Tut mir leid, aber der Wasserpark schließt jetzt! Wir kommen zu spät! Holly, du musst etwas tun! Okay! Ich dreh die Zeit zurück! Erledigt! Hier sind unsere Tickets! Wow! Wir schließen erst in zwei Stunden! Warum ist dieses Schild hier? Willkommen! Loser! Wie konntest du die Zeit aus den Augen verlieren? Ja, wir haben es geschafft! Womit sollen wir anfangen? Nee! Der Pool! Ich geh schwimmen! Bye, Dad! Ich will dahin! Stopp! Mila! Wo ist denn die Kleine? Oh! Sie, ähm... Ich meine... Sie ist da! Sehr gut! Passt auf sie auf, während ich im Pool bin! Klar, Dad! Puh! Wir müssen sie so schnell wie möglich finden! Wir teilen uns auf! Wartet! Was ist mit mir? Zu den Toiletten geht es da lang! Wo kann sie nur sein? Oh, stimmt! Ich zeichne ein Poster! Vermisst! Ich hoffe, es klappt! Mila! Bist du hier? Nee! Der Sicherheitsdienst kann mir vielleicht helfen! Mein Fehler! Danke! Mila! Halt! Ich bin hier! Ich muss wohl runter! Mila! Wo ist sie? Oh nein! Das ist die gefährlichste Rutsche! Hi, Sio! Ich rutsche runter! Mila, halt! Hast du das Mädchen gesehen? Ja, klar! Geh rein! Nein, ich bin auf der Suche nach ihr! Viel Spaß! Bye! Nimm das! Loser! Was? Ich komme runter! Sio, ich bin's. Coole Rutsche. Sehr zu empfehlen. Mila. Hey, pass auf, wo du dich hin teleportierst. Messi ist da drüben. Hä? Oh, das gibt's doch nicht. Sie ist weg. Mila, hat sie jemand gesehen? Wie auch immer. Ups, ich stecke fest. Ich such nach diesem Mädchen. Hast du sie gesehen? Geh weg. Das hat keinen Sinn. Oh. Hi, Jun. Hi, Dad. Was machst du denn da? Siehst du das nicht? Ich angel. Sei leise, damit du die Fische nicht vergraulst. Oh, da beißt einer an. Es ist ein großer Fisch. Hi, Dad. Hi, Kleine. Sieh dir diesen Fisch an. Mila, wo bist du? Hier. Oh, das ist nur ein Foto. Da ist sie ja. Warte. Sie ist wieder weg. Aha. Ich seh dich. Ah, dieses Kind. Hab dich. Oh, nur mehr Jungfrauen. Du kriegst mich nicht. Ihr könnt mich nicht fangen. Komm zurück. Jetzt hat sie mich wütend gemacht. Oh, ich steck fest. Du kannst mich nicht fangen. Stopp. Du kannst was erleben. Du kleine, nasse Unruhstifterin. Hör auf den Kreis zu laufen. Bye. Oh, ich bin wütend. Ich halte die Zeit an. Jetzt kann sie nicht mehr weglaufen. Ist das Sio? Das ist witzig. June? Sorry. Dad? Wow. Ich glaube, ich werde sie nie finden. Was mache ich denn jetzt? Mila? Bist du das? Endlich habe ich dich gefunden. Komm her, du Kleine. Pappe? Komm wieder runter, Polly. Und dreh die Zeit zurück. Hast du mich tauchen sehen? Oh, ein Pool. Warum? Sie war genau dort. Nein, da. Ergibt euch. Das macht doch Spaß, oder? Warum seid ihr denn so traurig? Wir haben jetzt den ganzen Wasserpark abgesucht. Sie verschwindet und taucht immer wieder auf. Da ist sie doch. Hey, Familie. Sie war die ganze Zeit hier. Und ich habe noch viel vor. Sind die zu dritt, oder was? Home, sweet home. Das war ein toller Tag. Es fühlt sich toll an, wieder zu Hause zu sein. Endlich. Ich bin platt. Das war der schlimmste Tag aller Zeiten. Mila? Noch einer? Noch mehr? Wie viele von denen gibt es denn noch? Hey, willst du spielen? Komm zu uns. Oh, sie ist schon wieder weggelaufen. Mir reicht's. Mir auch. Was ist denn hier los? Ich spiel Schlagzeug. Das Croissant gehört mir. Lass es fallen. Oh ja. Endlich hab ich dich. Was? Du, stopp. Das macht keinen Sinn. Ah, was macht ihr da? Mein Bild. Mein Lieblingsbild. Oh nein. Oh, da. Es reicht. Ich hab verloren. Aber es muss doch etwas geben, was ich tun kann. Ein Netz. Aber wen soll ich fangen? Dich. Na, warte. Hä? Lass mich raus. Endlich. Es ist schön ruhig. Was ist denn hier los? Aufwachen. Das ist kein guter Zeitpunkt zum Schlafen. Bitte. Hör auf. Ich spiele Gitarre. Ich sing für dich. Du. Warum? Ihr macht mich verrückt. Ich ertrag das nicht mehr. Hab dich. Hä? Ah, seid ruhig. Die Kleine schläft. Ihr könntet sie aufwecken. Das war's. Schlaf gut. Psst. Wer hat Lust mit mir einen Film zu schauen? Klingt cool. Los geht's. Willkommen in unserem Kino. Hab ich es noch geschafft? Hier ist mein Ticket. Warte. Hast du Süßigkeiten? Du kannst mich nicht austricksen. Ich wusste es. Du hast Spider-Man mit reingezogen. Du kannst dein Essen nicht mit reinnehmen. Du hast es immerhin versucht. Oh, meine Familie. Das war's. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst. Hi, ich bin Polly. Wir sind die Unglaublichen. Ihr fragt euch bestimmt, wie wir in diese Situation geraten sind. Sie versuchen, Süßigkeiten ins Kino zu schmuggeln. Wie lustig. Hey, Bro. Was können wir besser? Klar. Bist du bereit? Es regnet Süßigkeiten. Wow. So viele leckere Sachen. Also, wollen wir los? Gebt mir eure Hand. Oh. Sorry, Kumpel. Okay, ich geh rein. Wir sollten das Poster wieder anbringen. Ist das nicht der Typ? Oh, hier ist so viel Popcorn. Ich hab ne Idee. Jetzt ist es perfekt. Ja, danke, Dad. Hi, darf ich reingehen? Süßigkeiten, Eiscreme, Schokolade. Das ist alles verboten. Ich kann dich nicht reinlassen. Wie du meinst. Eine Football-Mannschaft auf der einen Seite. Und ein Football-Mannschaft auf der anderen Seite. Hi. Viel Glück. Das war einfach. Sehr gut. Super, Seeho. Danke. Die Süßigkeiten sind es wirklich wert. Ich bin dran. Ich geh rein. Aha. Ich hab ne Idee. Hey, darf ich reingehen? Du hast so viele Süßigkeiten dabei. Falsche Antwort. Komm mit. Hilfe. Mach erst mal ne Pause. Und ich werd mir einen Film ansehen. Es hat geklappt. Warte. Was macht der da? Ich muss hier raus. Und nochmal. Und nochmal. Puh. Was war das denn? Jetzt bin ich dran. Hi. Darf ich reingehen? Nein, bitte. Nicht schon wieder. Oh. Tut mir leid. Hm. Na, bist du ein Schnuller? Wie kannst du nur so niedlich sein? Das war's. Ich geh jetzt rein. Nein. Was war das? Ja. 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 Süßigkeiten? Snacks? Hast du was dabei? Ja, ich habe alles dabei. Komm schon. Du kommst nicht rein. Macht nichts. Ich gehe durch die Hintertür rein. Hi, Leute. Oh, Dad. Komm rein. Entschuldigung, das ist mein Platz. Viel Spaß beim Film. Das war's. Ich habe genug. Ich kündige. Ich werde das stoppen. Es reicht. Ich werde die Rolle übernehmen. Ihr werdet es noch freuen, dass ihr in mein Kino gekommen seid. Wir haben keine Snacks mehr. Was sollen wir tun? Und los. Was ist das? Das sind meine Zwillinge. Oh, wie süß. Geh rein. Ich habe Wichtigeres zu tun. Halt. Ihr kommt hier nicht rein. Wir brauchen einen Plan. Lasst uns entscheiden, wer zuerst reingeht. Ihr könnt so viel darüber diskutieren, wie ihr wollt. Gegen mein Faber-Amulett kommt ihr nicht an. Wahnsinn. Jetzt gehören alle Superkräfte mir. Sio. Du gehst zuerst rein. Halt. Keine XXL Snickers. Oh Mann. Das hatten wir doch schon. Ich werde eine Football-Mannschaft zeichnen. Mach dich bereit. Wie gefällt dir das? Hä? Warum funktioniert das nicht? Was sagst du jetzt? Was? Wo ist das Team? Ich werde es nochmal versuchen. Diesmal klappt es bestimmt. Was ist denn hier los? Irgendwas stimmt mit dem Papier nicht. Was ist damit? Jetzt aber. Oh. Hey, zieh dich um. Der Einzige, der aufgetaucht ist, ist unser Hausmeister. Und er ist alles andere als glücklich. Armer Sio. Das war's. Ich kümmere mich um diesen gemeinen Kerl. Ich schicke ihn in ein schwarzes Loch. Hi. Hey. Warum funktioniert das nicht? Kommt schon, Hände. Lasst mich nicht im Stich. Toller Rhythmus. Ich mach mit. Toller Rhythmus. Ich mach mit. Danke, danke. Dieses Lied heißt, du kommst nicht rein. Bravo. Zugabe. June, mach dir keine Sorgen. Das wird schon wieder. Okay, ich bin dran. Hey, kannst du das mal halten? Ich muss mich konzentrieren. Ich dreh die Zeit zurück. Oh. Meine Hände kontrollieren die Zeit. Was? Was ist denn hier los? Es klappt einfach nicht. Ich hasse dich. Oh. Hey, nicht ausrasten. Beruhig dich, Polly. Dad macht das schon. Ein super starker Dad wird dich jetzt besiegen. Bye. Spüre meine Kraft. Au. Meine Hand. Was ist passiert? Eine unsichtbare Tür. Sie öffnet sich. Hey, du bist erledigt. Wie kannst du es wagen? Wo sind unsere Superkräfte? Ich hab sie. Seht ihr? Und ihr könnt nichts dagegen tun. Mom. Wir müssen zu Mom. Los. Oh, stimmt. Teleportation funktioniert ja nicht. Wir müssen zu Fuß gehen. Hm. Mom. Mom, steh auf. Mom. Mom. Was habt ihr denn? Wo sollen wir anfangen? Er hat unsere Superkräfte gestohlen. Mom. Dieser gemeine Sicherheitsdienst. Er hat sie in ein Zauberamulett gesteckt. Keine Panik. Mom kümmert sich darum. Kopf hoch. Los. Wir holen unsere Kräfte zurück. Mom? Bring Mom rein. Vorsichtig. Lass sie nicht fallen. Mom. Wach auf. Was? Sind wir schon da? Da ist der. Okay. Das bedeutet Krieg. Oh. Unsere Kräfte. Mom. Habt ihr das gesehen? Ich hab ihn besiegt. Ich bin so stark. Schatz. Du bist unglaublich. Was? June. Versuch zu teleportieren. Es klappt nicht. Sie funktionieren auch nicht. Polly. Versuch zu teleportieren. Zio. Du bist dran. Teleportation? Das ist gar nicht meine Superkraft. gut. Ich probier's aus. Ich probier's aus. Oh. Sorry Kumpel. Das wollte ich nicht. Ich kann teleportieren. June. Das heißt, dass du die Zeitkontrolle ausprobieren musst. Leg los. Es hat geklappt. Wow. Ich spule die Zeit vor. Wieder ein blaues Auge. June. Mach das nicht nochmal. Polly. Du bist dran. Zeichne eine Waffe für uns. Wartet. Ich bin gleich fertig. Geschafft. Ein böser Hund. Moment. Lass es uns versuchen. Na. Du bist ja gar nicht böse. Oh. Du wirst uns bestimmt nicht helfen. Deine Superkräfte funktionieren nicht richtig. Was sollen wir jetzt machen? Ich hab ne Idee. Wir werden unsere außerirdischen Freunde um Hilfe bitten. Mom. Wirf die Nachricht hoch, damit sie im Weltraum landet. Wir haben eine ungelesene Nachricht. Die Unglaublichen brauchen unsere Hilfe. Los, komm. Aha. Ich hab noch ein Zauber-Amulett. Alle Superkräfte werden wieder mir gehören. Oh. Ah. Ah. Wo bringt ihr mich hin? Hey, lass das. Guten Flug. Huhu.